Naja. Eure Sache müsst ihr wissen. It's getting pretty late in town. Was ist hier eigentlich? Nichts. Absolut gar nichts. Okay. Ich bringe vor noch die Sachen in die Kisten. Kiste. Ähm. Pfff. What? Ne, das kommt in die andere Kiste rein. Wir nehmen das nochmal die Watering Can. Die Gießkanne. Und ich gucke mal, ob ich hier eventuell noch irgendwo ein Feld schlagen kann. Ohne, dass ich wieder zusammenbreche. Äh. 6 von 270. Das ist natürlich Ja. Schon knapp. Ich muss verkaufen. Nö. Die Gieß keine weg. Angel packen wir ein. Dann gehen wir mal eine Runde angeln. Moment, ich würde ja eh regnen da rum. Wup, wup, wup. Level ab. Level 1 Mining. Plus 1 Pickaxe Proficiency. New Crafting Reci... New... 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 New Crafting Reci... New Crafting Reci... New Crafting Reci... New Crafting Reci... Und ich hab Post. Und werde kein Glück haben. Robin here. Ich weiß, dass da eine Menge Steine bei dir auf deinem Grundstück rumliegen. Wenn du Bock hast, vielleicht. Wenn du drüber nachdenkst, ich könnte ja so einen kleinen Schüppchen Brunnen für dich bauen. Brunnen können überall auf deiner Farm platziert werden und sind eine super Quelle, um deine Gießkanne zu wiederbefüllen. Komm einfach vorbei. 75 Steine, 1000 Gold, kein Thema. Mach ich alles, wenn du bereit dafür bist. Also Brunnen bauen und so meine ich. Nochmal Post. Für unsere wertgeschätzten Yoja-Markt-Kunden. Unsere Teammitglieder haben... Die Bauarbeiten sind vorbei. Die war vollkommen legal. bla 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 Schätzen wir eure Unterstützung wert. Morris. Der Typ vom Joja-Markt. Okay, das war's. Uh, geil. Geil, geil, geil. Wir können ernten. So. Eine goldene Parsnip. Schön. Schön, schön, schön. Eine aufgehoben. Die goldene nehmen wir auch mal auf. Eine für... Oh, schade. Die Quest ist vorbei. Getting started. In heart, it's getting started in here. Ups. Nein, ah, ich wollte die Tasse gedrückt. Robin, der lokale Zimmermannfrau, lebt nördlich der Stadt. Im Austausch für Rohmaterialien und money, 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 wird sie dir neue Gebäude auf deiner Farm bauen. Du musst... Okay, du brauchst sie, um einen Stall oder eine Scheune zu bauen, sodass du Tiere halten kannst. Advanced, man, das ist ja ganz schön. Okay. Während du Erfahrung bekommst, wirst du auch neue Rezepte fürs Craften bekommen, um deinen Profit zu erhöhen und dein Leben leichter zu machen. Eine Vogelscheuche, zum Beispiel, wird Krähen davon abhalten, sich ein paar von deinen wertvollen Gemüsen wegzusnacken. Erreiche Farming Level 1 und baue eine Vogelscheuche. Okay. Dann wieder ein paar Snack weg, weil die Dingsbums ist ja vorbei. Die Quest, die haben wir leider verpasst. Schade. Hm. Ich wollte angeln gehen. Also ich will es zumindest versuchen. Also man mag es ja echt kaum glauben, aber angeln ist in diesem Spiel verfluchtschwer. Echt, wirklich. Und wenn dann auch so ein komischer Typ wie ich hier, ich, dazwischenlabere, die ganze Zeit die Fresse nicht halten kann. Ich will herz dich, ich werde dich für immer herzen, wenn du mir ein Amethyst bringst. Hayley. Hayley. Einen Moment. Hayley, 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 Hayley. Pen. Ach hier, Püppchen. Amethyst. Schönen Geldscheißer. Amethyst will sie haben, ist er wirklich. Soll er sich inkorfen. Kurven. Ich gehe zum Strand, angel da. Ich denke mal, mehr hat man, hoffentlich, ist nicht, vielleicht sogar bessere Chancen, was cooles zu fangen. Vielleicht ist es auch einfacher, man weiß es ja nicht. Gucken wir uns mal ganz kurz um, ob hier irgendwas rumliegt. nö, 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 nö. Moinu, alle, landradä. Es regnet. Das Wasser ist ruhig. Yay, ist fast angebissen. Ähm. Cool, man muss ja fast gar nichts machen. Yay, ne Sardine. Es ist so ruhig. Jetzt, wo der alte Säufer weg ist, ist es noch viel ruhiger. Entspannender. Gruseliger? Ah, Entspannung. Yay. Ah, 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 oh, ah, ah, oh, 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 Yay. Eine Sardine, ein Inch. Willst du mich gerade verkohlen? Ein Zoll? Das ist doch ja nichts. Knapp. Okay, Seealgen, auch schön. Ein Zoll, das ist doch gerade mal knapp zweieinhalb Zentimeter plus minus. Das war nichts. Willst du es wieder reinwerfen? Das macht hier auch wirklich, das ist wirklich ein Unterschied. Sardine für das Spiel, das finde ich schon mal ganz gut. Aber auch ein bisschen komisch, dass wir jetzt in knapp zwei Stunden Ingame-Zeiten auch nur zwei Fische gefangen haben. das war ja fast schon zu einfach. Ein Hering, zwölf Zoll, fett. Das war nichts. Wupp. Max, zu dem Max. Maximum. Maximilian. Maxi-Max. Nee, warte, was? Nee, ich kann's nicht. Kann's nicht. Ah, wirst du wohl nicht, wirst du wohl, wirst du, ah, wirst du, ah, ah, nein. Ah, 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 oh, ah, 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 ah ja ja nein fast fast was sowohl doch mal wieder eine scheiß Sardine ein Inch sonst doch ja auch nicht und dann wird mich jetzt abgerackert für so ein winzig kleines 1 Zoll Sardinchen hätte ich doch zurückgeschmissen zurückgeschmissen hey eine kaputte Brille oh ja ja bleibt so nein 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 bleibt so bleibt so 2 Zoll ich werde hier immer besser das waren die ersten die ich gefangen habe ich weiß gar nicht mehr wahrscheinlich nicht so lächerlich wie das hier 5 Fische einmal Schrott und einmal Algen auf ein neues oh Gott wie soll ich das jemals noch hinkriegen ich glaube wir brauchen schon eine bessere Angel oder sowas wirst du wohl im grünen Bereich bleiben wirst du wirst na ja das war schon das war schon gar nicht mal so gut noch ein Hering 8 Zoll schönes Ding und sogar Silber und meine 2 Zoll Sardine ist auch Silber das ist schon mal sehr sehr gut oder so yeah Algenbabel ich brauche Algenbabel Algenbabel so viele Algenbabel na bevor du einschläfst ja nein ja 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 yeah new record 14 Inch 14 Zoll schick das ist richtig gut glaube ich zumindest 14 14 Zoll ja gut es ist ein bisschen weniger als mit zweiter Monitor na wirst du wohl dort zu springen noch ein Hering TUTUTU To the max ... und darüber hinaus jetzt habe ich ihn also fast also eigentlich gar nicht nein doch nein! Nee, wirst du wohl nicht abhauen. Ich hab dich, also hab ich dich. Noch eine 1-Inch-Sardine. Das macht mir keinen Spaß mehr. Gucken, was er hier Mr. Canister zu verkaufen hat. Okay, Trout Soup. Pretty salty. 100 Energie. Nett. Plus 1 Fishing, ob es dauerhaft ist. Bamboo Pole. Das sieht aus wie die, die ich schon habe. Ähm. Hm. Was ist da Kuffenseite? Nice. Wo? Nee, Trout Soup. Aber was ist ein Trout? Nicht Tuna? Nee, Tuna ist Thunfisch. Trout ist... Ey, nee, echt ist das nicht. Ist das nicht. Was, meine Kurven? Wir haben noch Zeit, also... Dann wollen wir die mal verschnabulieren. Eat das Trout Soup. Ah, okay. Fishing. Viereinhalb Minuten nur. Okay. Das ist nicht viel. Absolut nicht viel. Hm. Gerade wenn man denkt, dass hier absolut nichts beißt. Außer Algen. Maximum. Oh ja. Ist das grüne Ding größer geworden? Ist das an der Trout Soup? Hey, eine 7-Inch-Sardine. Ja. Und es wird ja immer besser. Kann es vielleicht sein, dass je besser wir im Angeln werden, desto größer so dieser Balken wird? Das wäre zumindest ziemlich cool. Das wäre richtig cool. Wo ich zumindest auch nicht so ganz, äh... Scheiße, wie... Seaweed. Can be... Can be used in cooking. Oceanfish. Ozeanfish. Sieht so aus, als ob jemand seine Brille verloren hat. Sie ist zerstört. Yay. Hit. Na, wirst du wohl mal stillhalten, du hässlicher Fisch. Fisch. Eine Anchovy. 3 Zoll. Wird ja auch mal geiler. Yay. Hit. Okay, da brauche ich jetzt nicht viel machen. Ah. War zu einfach. 16 Zoll Hering. Läuft bei mir. Ich glaube, was ist eingefallen. Wir haben hier die Collections. Clam. Fiber. Sind hier auch die Fische? Ah ne, Fischen extra. Anchovy. Small Silverfish found in the ocean. Einen haben wir gefangen. Unser größter Fang war 3 Zoll. Sardine. Sardine. 6 gefangen. Da brauchen wir der beste ein 7 Zoller. Sonnenfisch. Einen gefangen. 7 Zoll. Karpfen. Einen gefangen. 18 Zoll. Okay. Und ein 16 Zoll Hering war unser bester. Biggest. Catch. Äh, Catch. Doch, Catch. Und Zübeet. Aber was für ein komisches Gruseligeräusch ist. Gruseligeräusch. Jetzt. Dann wirst du wohl stillhalten, hässlicher Fisch. Yay, 9 Zoll Anchovy. Oh, natürlich hab ich keinen Platz mehr. Scheiße. Dann weiß ich die Brille weg. Ich glaube, die an Chovy ist mehr wert. 9 bis 5. Es ist 5. Müsst du verarschen. Ach, jetzt kommst du auch noch raus, du Vogel. Äh, hehehe. Und wenn du wirklich... ... willst, dass die Fische weiß, und dann... ...ja, und dann auch einfach ein bisschen köder. Hört sich bei meinen Frauen auch. Aber irgendwie werde ich immer noch Single. Ich kenne dich nicht wirklich. Und mit der Attitüde wirst du mich auch nie kennenlernen. Oder dann erst recht, ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß, wir haben keinen Inventarplatz mehr, aber... Wir könnten hier auch was fangen, was wir schon haben. Das ist eigentlich ungern. Also wir haben jetzt noch fast 2 Minuten lang plus 1 Fisch. Das will ich jetzt nicht unbedingt vollkommen lassen. Toll, Geld dafür bezahlt. Ja, eine Sardine. Ich habe gesagt, dass am Meer angeln ist auch schön. Äh, wirst du, wirst du wohl... ... na, wirst du wohl mal stillhalten? Guter. Alter, ein Aal. 66 Zoll. Boah. Alter Falter. Ja, aber du musst das wegschmeißen. An Schobi. Sardine. Sardinen fangen wir am laufenden Band. Ja, mit. Goldener Aal. Fett. Dicke Sache. Auf jeden Fall richtig dicke Sache. Kling. Ah, was habe ich gesagt? Eine Sardine. Hm. Maximum. Okay, jetzt wollen wir mal gucken. Da macht er gar nichts. Nur Blödsinn. Blödsinn. 12 Zoll an Schobi. Schönes Ding. Goldner. Ah, jetzt bin ich natürlich echt ein Erzwickbild. Ich brauche unbedingt, glaube ich, diesen Rucksack. Das bisschen, was wir hier haben, ist natürlich... 3, 2, 3, 3, 3. Joah, jetzt schon einiges mehr auf der... Auf der Uhr. Ist da ein Hering? Ich taue ich nochmal bei den scheiße Anschobi gegen den coolen Anschobi. Ah, die Ruhe. Die Ruhe. Die Ruhe. Hoch. Gut, jetzt ist leider mein Bonus weg. Mein Buff ist weg. Wie man so schön sagt. Wie man so schön sagt.